Musik ZWEAD! Musik Hör auf da! Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr euch habt. Keller, Neus, Icon, Discard, Röntgen. Sehr gut. Herzlich willkommen, Broski. Ladies and Gentlemen, eine weitere Folge macht ein Verein geldtechnisch sehr leer. In der Hauptrolle heute, Gamer, Browser, Broski. Ich sag extra nicht den Namen, den du nicht hören willst. Weil ich heute... Freunde, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Kappe und darüber hältst du halt. Ich finde, es ist nice. Ich fühle es auch nicht. Ich fühle es sich geil aus. Auf Astronaut angelegt. Sag mal ganz ehrlich, Steini, ich tue was für deine Kommentarsektion, für deinen Algorithmus, damit auch mal Kommentare zu sehen sind, die nicht heißen. Like, wenn du findest, dass Gamerbrowser den kleineren Schwanz hat. Kommentar, wenn du denkst, Steini mag Fische. Ich mag immer, wenn Broski verliert. Das ist auch ein guter Kommentar. Ja, das ist auch nice. Aber die fühle ich auch. Nein, ihr dürft jetzt heute mal kommentieren, auf einer Skala von 1 bis 10. Was würdet ihr sagen, wie sieht es aus, wenn man eine Headset über eine Kappe trinkt? Das sieht aber scheiße aus. Aber gut, schreibt es mal gerne rein. Ich kann es vorstellen, so ein bisschen Mickey Mouse-mäßig so. Ja, vielleicht sind ja auch ein paar, vielleicht, also mit einer 6 von 10 würde ich mich anfreunden. Why the not, Freunde. So, wir gehen rein ins Icon-Discard-Battle, Freunde. Wir machen heute, wir machen mal einen großen Sprung. Ich weiß gar nicht, letztes Mal haben wir 500k. Wir gehen heute auf 1,5 Millionen hoch. Die Grenze. Hört sich das gut an für dich? Ja, ich würde Mindestpreis 10 Millionen machen. Ja, und Mindestpreis 10 Millionen, selbstverständlich, Freunde. Mindestpreis bleibt normal. Wir starten bei 0. Auch wir müssen uns die Chance geben, dass wir auch Glück haben. Ja, also, das kann ja auch nicht wahr sein. Bei meinem, ich weiß es nicht, ja. Ich glaube, du verlierst heute. Gehen wir rein, oder was? Wie sieht es aus, wenn ich hier selber 400.000 Likes freue? Haut mal einen raus. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Zeigt mal euren Skillwert. Wie ist der so? Ist der gut? Ist der nicht gut? Wir haben Bro-Ski auf jeden Fall zur Folge aufgenommen. Die kommt a little bit later. Aber no problem. Kommentiert alle das Video mit Hashtag Steini und hört den Song auf Dauerschleife bei Spotify, damit wir sie nicht Schatz schaffen. Ja, lasst uns gerne reingehen. Ja, gehen wir rein. Lange genug gelabert. Warum labert ihr immer so lange am Anfang? Ich würde sagen, wenn wir nicht gesehen haben. Mann. Ja, und weil wir auf 10 Minuten kommen wollen. Das kommt auch noch. Eben, so. Rein. 4-5-1 Offensiv. Mashallah. Einfach die gute Formation. Riesgo. Ey, ich habe Tovan. Echt beschissene Formation. Tovan. Aber ich muss Nikona nehmen. Oh Gott, ist das schlecht. Why? Ist das schlecht. Alter. Das ist natürlich gut. Ich dachte gerade, ist es Messi oder Dianier. Messi kriegt Special Card noch. Messi kriegt Special Card. Steini, ich sage dir kurz einmal meine Auswahl, damit du weißt, in was für eine Richtung das hier im Graft geht. Ich kann den Mertens Inform anbieten, ein Cissé Tots, ein Prime Moments Owen, ein Prime Moments Eusebio oder ein Prime Moments Ronaldo. Wen soll ich nehmen? Digger, will er mich? F***. Nimm den Owen. Nö. Schade, den habe ich auch in der Auswahl. Mann. Ich habe noch nie geguckt. Oh, der ist ein Sawalaho. Wen nehme ich denn? Boah, nehme ich den, Alter? Aber auf der Rating. Ich starte mit zwei Prime Moments und dann einfach zwei Gold. Ich muss das erst mal schieben. Was ist das? Obwohl, was? Kannst du machen? Neymar. Wir gehen auf Safe. Wir gehen auf Safe. Die zwei Rating-Punkte, die hole ich irgendwo anders raus. Boos. Digger, es wird das beste Draft on the planet. Aber ich brauche dafür so ein Cine-Den-Cedan Moments oder sowas. Let's go. Scheiße, ich habe dich mal Rammes genommen. Ich Idiotenkind, ey. Let's go. Let it go. I say I wanna go. Ja. Ich habe dich mal Rammes genommen. Ich Idiot. Idiot. Das ist ja sogar ein Perfect Link. Junge, das ist ein Hammer-Draft. Einfach das hübsche Draft. Einfach auf Spekulatius hinten gehen. Oh, Digger, ich muss ein bisschen Risiko gehen. Wenn ich dich da hinten höre, ich muss weiter spielen. Oh, es ist ein Kavak. And that anymore. Soll ich Kavak nehmen auf Ehre? Es tut mir leid. Ich konnte kein Kavak mitnehmen. Au, das kriegt Karma. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich nehme erst mal einen Pieper. Ich nehme gerade nur die High-Rated-Dinger mit. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe reingeschissen. Ich muss irgendwie... Ich will hier hinten Spanische Liga reinkriegen. Fuck. Ich will hier hinten Spanische Liga reinkriegen. Say what it is. Say what it is. Das sieht okay aus bisher. Das ist doch... Das kann nicht wahr sein! Ey, der passt aber gut rein. Das ist kein Perfect Link. Aber der ist doch voll. Der darf am Ende eh nicht auf die Bank passen. Der darf am Ende nicht auf. Und wenn ich hier me, brauche ich einen D mit. Aus Prinzip. Der 83er hat am Ende nichts auf der Auswechselbank zu suchen. Zack, 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 zack. Ikona! Next one. Ey! Ey, das ist... Das ist Kratzi. Das ist Kratzi mit den Icons. Ja, das ist Kratzi mit den Icons. What the fuck? Hast du einige? Nein. Oh, nö. Nicht so jetzt, ey. Mach das nicht, ey. Mach das jetzt hier nicht, ey. Let it go. Da, 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 da. Das ist wirklich Kratzi. Oh! Scheiße, was mach ich? Uff. Weiß auch nicht, was ich... Der Zentrale, der Zentrale bringt mir mehr. Ich geh auf Rating. Ich weiß es nicht, es kommt von alleine. Der Zentrale bringt mir mehr, du. Ich sag das hier einfach mal, ne? Digga, das ist so krank, das Kratzi. Das ist so krass. Aber ich kann nicht auf Rating gehen. Ich muss auf Dings, auf hier, auf Top gehen. Ja, wie viele Icons schmeiß ich denn hier raus? Ja, das ist wirklich heftig. Let it go. Let it go. Rating, marschallah. Verandrück. Ah, ich muss auf Torwart aufpassen. Waaah. Ähm. Hals, ist das Sinn? Ja, ei. Digga, was schallern die denn hier für Ratings raus? Was ist das? Ja, das ist wirklich krass. Das ist halt ehrlich heftig. Ich hab grad ein bisschen Schiss. Ich hab auch ein bisschen Schiss, weil ich hier bin. Ist gar gut. Ey, was kann ich denn machen? Boah. Ey, was krieg ich denn für Spieler? Alter. Ich muss aber Rating mitnehmen. Ich brauch einen Torwart. Ich kann keinen Torwart mehr kriegen. Scheiße. Der bringt mir nix. Klar, mit Kassi mitnehmen. Nee. Einfach nö. Wusstest du, dass Bellarabi einen richtig langen Schwanz hat? Kennst du den Schwanz? Ja, ja. Von der, von der... Richtig. Ja. Oh. Ja, muss ich nö. Was ist das für ein Draft, Digga? Scheiße. Hab ich noch nie so erlebt, ne? What the fuck ist das für ein Draft, Digga? Was ist das? Das Problem ist, du hast ne scheiß Eusebio drin und den hab ich nicht. Ne, ich hab Ronaldo mit 97 drin. Nicht Eusebio. Ja, ist noch schlimmer. Hab ich nicht. Alter! Bro! Kalmar! Mach Kalmar! Mach Kalmar! Boah, das ist natürlich scheiße. Und Kalmar. Oh, hey, wieso gedroppt, Digga? Ja, 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 ja. Nix gedroppt, nix gedroppt. Ja? Bin zufrieden, ich bin durch. Hinten raus kackt's bei mir halt komplett rein, ne? Echt? Ja, das ist nice. Ach, Mann. Hinten raus komplett reingekotet, ne? Willst du schon für abholen? Letzte, 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 letzte. Bitte, 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 bitte. Boah, Digga, dieser Mann. Varan war so wichtig, Leute. Der hat so meinen Arsch gerettet. Ne, ich kann nix mehr machen. Da geht nix mehr. Ich kann auch nix mehr tun. Ich glaube auch nicht, dass ich groß hätte was anders machen können. Das Problem ist, hinten raus die Reserve-Spieler haben mich echt genockt, ey. Alle unter 80. Ich hol Manager ab. Ja, aber mir ist egal. Was ist das denn, Alter? Ich hab' noch nie gesehen hier. Mal ran hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es ins Stechen geht. Ja, ich glaube auch. Was hast du? Wie viele Icons hast du? 192. Ja, hab ich auch. Ich hab' fünf Icons. Hab' ich auch. Fünf? Ja. Äh, was für'n Pack nehmen wir? Sieben, sieben, fünf? Ja. Och ey, jetzt entscheidet so ein verkacktes Dreckspack. Willst du dich verarschen? Drei, zwei, eins, go. Eins geht auch. Jetzt einfach Icons siegen? Das wär' so Ehre. NICHT 75, bitte! Sag was. Also ich hab' auf jeden Fall... Ich hab einfach ne scheiß 78. 80! Let's go! Ich hab einfach ne scheiß 78. Piaty Ehre, Mann. Danke, Piaty. Nice. Steine, die gehörten Transfermarkt. Du darfst in 3, 2, 1... Ist hartes Zeug dabei? Auf den ersten Blick würde ich sagen, nein. Einer ja, glaube ich. Ich hätte gerne die Nummer 6. Wie geht das? Sag es mir! Aber ist okay noch. Ist noch. Trotzdem eklig. Eigentlich. 690. Let's go! Ich dachte mehr! Ich kann er! Ich dachte mehr! Ja, wann nehm ich mit? 600k ist gut. Das ist sehr gut. Ihr diskartet die aber auch einfach immer so, oder? Oder auch in den SPC? Ne, wir packen die in die SPC, weil... Ach so, wegen den Dings. Ja, gut. Da mach ich eben ne SPC. Ist ja gut. Ist ja gut. Yo, Ladies, hier. Ich geb den jetzt hier ab. Den guten Bra. Ach du Scheiße, Alter, ey. Naja. Hau rein, Bruder. War schön mit dir. Ja, ich möchte Daglish trotzdem abgeben. Ja, cool. Ja, ist weg. War schön heute. Alles gut. Das Pack öffne ich aber hier noch. Bald hab ich den Daglish da zurückbekommen. Das wär neu. Weil ich Believer bin. Workout! Hammer. Ab, ist wirklich ein Walkout. Spanien, Torwart, der Gier... Ach du, was bist du denn für einer, ey. Alte. Ruben Blanco, 86er-Inform. Ist okay. Ist okay, Freunde, oder? Also, wenn wir jetzt selber da positive Bewertung freuen. Ich dachte, Daglish wär tatsächlich noch ne Ecke teurer. War okay, war scheiße. Trotzdem unterm Strich. Aber was willst man machen? Checkt die Folge auf jeden Fall bei Broskab. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Über das Broskab-Schlusswort. Ich bin da raus. Macht's gut. Dankeschön für 400.000 Likes. Um. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.